Wir kümmern uns jetzt auch natürlich um das Thema Digitalisierung. Das heißt, welche Produktinnovationen stehen dort an und wie können wir das in unsere Systeme hoffentlich reibungslos implementieren. Wir arbeiten sehr, sehr intensiv mit der Universität in Hamburg zusammen. Wir haben auch eine Fachhochschule, die auch viele innovative Studiengänge haben. Wir haben im Grunde, wenn ich es richtig bedenke, fast allen akademischen Nachwuchs für SWM unmittelbar vor Ort rekrutiert.